Wenn die Nacht über den Stuttgarter Osten hereinbricht, geht's los. Ein spezieller Rhythmus liegt über dem Stadtteil. Tango. Ich möchte wissen, wie viel Tango steckt im Osten. Und wo kann ich's lernen? Habe ich nicht diese Woche bei der Kleidermacherin Anne Fentker schon was von Tango-Reisen gelesen? Nach Schottland? Klar, wohin auch sonst. Vielleicht hat ja die Tango-Affine Schneiderin auch einen netten Fummel für mich. Na, wer sagt's denn? Ich glaube, Anne Fentker guckt zufrieden. Also mir gefällt's jedenfalls. Und dann zeigt sie mir, Achtung, noch die Tanzhaltung beim Tango Argentino. Eng, sehr eng. Also ich bin jetzt gerüstet für meine erste Tanzstunde im Tango-Salon. Judita Zapatero führt mich ein. Und sie erklärt mir, wie viel Tango in Stuttgart-Ost steckt. Wir kommen gleich nach Buenos Aires. Stuttgart-Ost ist eine Hochburg. Wir haben hier da oben den Palast. Hier sind wir, Tango-Salon. Dann gibt's das Loft. Wir sind alle ein paar Gehminuten voneinander entfernt. Und überall ist viel los. Also ich hab in der Tanzschule Tango gelernt. Ranschleichen, ranschleichen, dreimal schütteln. Gott sei Dank. Das war die Schrittfolge für den Herrn. Aber wie ist das beim argentinischen Tango? Der argentinische Tango ist halt immer improvisiert. Da gibt's keine Schrittfolge in dem Sinne. Die Männer lernen dann schon Figuren und Schritte. Aber jeder tanzt anders. Auf der ganzen Welt wird Tango getanzt. Und das ist fantastisch, weil du kannst dich in Tango mit ihnen sozusagen verständigen. Das Führen und das Folgen. Frau führt. Äh, na klar. Aber so, dass er es nicht mehr hat. Und dann gibt mir Judita noch ein paar Tipps, wie die Dame am besten die Balance hält, wie die Beinbewegung schön elegant aussieht. In Perfektion zeigt sie es mit Tanzpartner Rollo, einem echten Argentinier. Ich komm gar nicht raus aus dem Staunen. Vielen ihrer Schüler geht's genauso. Denn inzwischen sind jede Menge Tango-Liebhaber im Saal. Jodita, mehrfache Tango-Vize-Weltmeisterin, passt genau auf, dass Schritte und Haltung richtig sind. Es ist einfach sehr entspannt nach dem Feierabend. Man kann gut abschalten nach der Arbeit. Das erdet einen nochmal. Man kommt ganz auf andere Gedanken. Einfach den anderen zu spüren, ganz präsent zu sein. Also man kann an nichts anderes mehr denken, als einfach nur seinen Körper zu spüren. Der Tanz ist eine Faszination. Judita ist eine fantastische Lehrerin. Und wir haben Spaß zusammen. Der Tango-Höhepunkt ist eine sogenannte Milonga. Ein frühestens um 21 Uhr beginnender Tango-Abend für jedermann. Im Stuttgarter Osten, dem Tango-Hotspot im Land, gibt's die jede Nacht. Im Tango-Loft, der größten Tango-Tanzschule, erzählt mir Kenneth Fraser, wer hier die Nacht durchtanzt. Also es ist ein Ort, wo ganz viele Leute kommen, aus verschiedenen Ecken, verschiedenen Städten, verschiedenen Schulen. Und dann fordert man sich auf. Also von hier aus zum Beispiel, vielleicht gucke ich da rüber und da sitzt jemand, ich will mit ihr tanzen und ich nicke. Und im Nu sind wir auf der Tanzfläche. Immer fit für eine 3-Minuten-Beziehung, wie der Tango auch beschrieben wird. Schauspielerin Lisa Wildmann jedenfalls hat's erwischt. Ich wurde angefixt und bin süchtig. Ja? Ja, schon. Wir kommen nie so gut raus wie Mittwoch morgens, wenn wir dienstags tanzen waren und einen wunderbaren Abend hatten. Wer den Tango liebt, dem ist keine Nacht lang genug. Und mir wird klar, so viel sinnlicher Tango steckt im Stuttgarter Osten.